So, und damit willkommen zurück zu, äh, wie vorher gerade sahen, Club Space Pro, oder? Baaah, na klar. Den nehmen wir, den legen wir um. Äh, zurück zu Mad Max. Scheiße. Moment. Kann ich? Nein, kann ich nicht. Huch. Ja, dankst. Äh, ja, Mad Max. Ja, komm schon. Mann, ich will den. End. Na komm, wir rücken näher. Äh. Scheiße, ich kriege nichts zu fassen. Doch, da die Tür. Okay. Umdrehen und dann... Pau. Moment. Komm, der Fahrer müsste, glaub ich, auch rechts sitzen. Ja. Okay. Was? Hm. Okay, jetzt schrotten wir das Ding nochmal, dann können wir die Schrottteile daraus nehmen. So, dann... Und... Und... ...bisher, wie ich mir jetzt vorgenommen habe, die letzten Aufnahme für dieses Season. Das sind aber auch... Sind aber auch... Was sind das jetzt? Knapp sechs Folgen jetzt. Für den Anfang. Recht das erstmal. Sind ja immerhin dann auch... ...sechs Tage... ...bis die Folgen alle veröffentlicht wurden. Wenn ich eine Folge pro Tag veröffentlichte. Ah, guck mal. Noch eine Flasche. Warum sind denn so viele Flaschen? Ist das eine Dose hier? Nö. Doch. Doch, eine Essensdose. Also aus Metall. Ich dachte, es wäre eine Getränkedose. So... Oh, da hinten ist noch ein Gegner. Aber ich möchte das mal... Ich möchte das mal nach da hinten. Da war nämlich so ein Ballon. Oder Ball... Balloon. Äh, damit können wir nämlich jetzt... ... uns erstmal einen Überblick verschaffen. Das ist nicht schlecht für den Anfang. Also für ein neues... Für ein neues Areal ist das, glaube ich, ganz gut. Moment, komme ich hier hoch? Hier wird unser Parkour-Auto... Willkommen. Uah! Nope, nope. Gut, tschüss. Neee. So. Kann ich hier dran vorbei? Yes. Oh, scheiße. Voll verfabelt. Na, krieg ich den? Yes. Easy. Das war... ... wesentlich einfacher, als ich erwartet hätte. Aua, Alter. Dieses geile Driften und dabei aussteigen ist voll cool. So voll Actionfilm-mäßig. Hm. Hm. Buh. Okay. Dass es hier Echsen gibt, habe ich noch nie zuvor gesehen. Aber interessant. Huch, nein, den möchte ich gar nicht... Ich habe ausgeklickt. Scheiße. So. Weg damit. Ciao. Äh, da. Den Schrott hätte ich gerne. Hallo? Eh. Danke. So, wer sonst... Tuch, wo ist denn eine Schwirze hin? Äh, hier. Wir fortsetzen. Jeet, aus dem Großbritann. Wir können einen Deal machen. Aber, aber... Ich glaube, dass sie uns nicht töten. Das klingt nicht sicher. Das ist das Beste, was wir tun können. Ich glaube nicht, dass wir eine Wahl haben, Zayn. Wo ist das Beste? Ja. Das Teil des Großbritannes ist das Beste-Beste-Beste-Beste-Beste-Beste. Wie, wie überall in diesem Räumen, Es wurde überrascht von Skrotus. Warboy-Camps und Patronen sind überall. Komm ran, Junge. Komm, Alter. One-Punch-Man regelt. So. Dann nehme ich auch den Schrott hier mit. Dann verfolge ich wieder meinen ursprünglichen Plan. Ich bin wieder... Ich bin jetzt auf der falschen Seite eingestiegen. Scheiße. Mein ursprünglichen Plan und... Äh, versuche mal in den... Ballon hier reinzukommen. Oh, der hier ist noch im Schrott. Ja. Das sind keine Überraschungen. Ja. Ja. Überraschungen sind nur an... an Weihnachten toll. Hä, wo ist denn jetzt hier der... der Schrott hin? Wahrscheinlich da hinten. Kümmer ich mich gleich drum. Ah, hier ist auch noch was. Das ist cool. So. durch die Explosion. Ah ja, stimmt. Das Containerschiff ist ja noch am... Äh, warte. Das war ja ein Tanker, glaube ich. Kein Containerschiff, wie ich... vorhin mal dachte. Ähm. Aufwärts. Shift. Dann... sehen wir uns das alles mal aus der Ferne... ein wenig an. Huch. Leicht deplatzierte Explosion. Das ist schon echt ne... ziemlich coole Aussicht. Die Rauchwolke da unten auf der Straße ist, glaube ich, ne... 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 ein Konvoi. Oder sowas in die Richtung. Region entdeckt. Entdeckt. Black Moth. Oder so. Ähm. Ja. Noa. Ne. Volk ist da, aber die Autos werden das in irgendwelchen Gründen nicht dargestellt. Noch ein Ölpumpenlager. Eine Vogelscheuche. Noch eine Vogelscheuche. Ejit-Festung. Es gibt nur noch wenige Festungen im Ödland, die sich bemühen, von Skrotos unabhängig zu bleiben. Oft suchen die wenigen verbleibenden Wanderer dieser Welt Zuflucht in den Städten, die von cleveren Anführern geleitet werden. Zwar geht es dort nicht unbedingt freundlich zu, doch wenn das Angebot stimmt, kann oft eine Vereinbarung getroffen werden, von dem... von dem... von der beide Parteien profitieren. Noch eine Vogelscheuche. Kann ich rauszoomen? Ah, es ist Zoom. Okay, ich kann nur reinzoomen, aber nicht raus. Ähm. Und Verklass ablegen. Oh. Okay, eine ganze Menge neues Zeug. Äh, zurück. Äh, haben wir noch irgendwas, was wir entdecken können? Irgendwie? Irgendwo? Irgendwann? Ja, hier. Sniper. Dann haben wir hier noch ein Ölpumpenlager. Vogelscheuche und... Was ist das? Todespfad? Glaube ich. Warte, da ist noch was. Aha. Top Gear Sniper. Okay. Ich glaube, das war's dann. Dupdudu. Okay. Huch, wo ist die Maus? Hier. Ähm. Okay. Dann, glaube ich, müssen wir jetzt zu Jeets Festung oder sowas. Ah, hier. Genau. Dort müssen wir hin. Aber ich glaube, vorher versuche ich hier nochmal ein paar Sachen zu befreien. Also hier zum Beispiel die Sniper. Also, befreien mäßig, dass das hier dann quasi, ähm, unabhängiges Land ist. Irgendwie sowas. Ist das dann, glaube ich. Also, indem wir das hier, das hier, das und das alles hier, dieses rote Gedönse kaputt machen. Dann sinkt irgendwie die mäßig Ansicht oder sowas. Und, also, ne, an, äh, Kontrolle über das Gebiet. Und dann gehört das mehr oder weniger uns. Ne, zur Belohnung bekommen wir dann, glaube ich, die Möglichkeit, neue Teile zu bauen. Äh, doch. Also, neue Teile an unser, äh, Auto dran zu packen. Und, äh, Upgrades von uns persönlich. Ich hab da hinten was vergessen, aber da scheiße ich mal drauf. So, schneller, wir haben nicht ewig Zeit. Äh. Warte mal, wenn ich ehrlich sein soll, hab ich wieder vergessen, wie dann, ähm, das, 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 recht, re, das Rest-Schnipselchen an, ähm, Aufnahme, wobei dann die Aufnahme verlief. Habe ich vergessen, wie lang das genau ging. Das heißt, ich kann das leider nicht abstecken. Äh, ja. Ich kann leider nicht abstecken, wie lang genau die Aufnahme jetzt sein, wo das sein soll. Also, bis, ähm, dann die Folge zu Ende ist. Das nehmen wir hier noch mit. 1, 2, 1. Haben wir denn alles? Ja, dann auf die Seite. Dann würde ich sagen... Na? M? M geht hier nicht. Ah, Tab. Na, siehst du mal. Dann, so. Dann fahren wir da mal kurz hin und machen das mal. Na, steht doch ein... So. Den holen wir uns. Boots, alter. Bäum. Scheiße. Und tschüss. Wenn er uns jetzt folgt, dann haben wir ein bisschen Chancen hier zu bekommen. Weil der Frontcrash gegen jeden war gerade nicht so toll, weil er vorne dieses Spike-Gedönsel dran hatte. Warte, ich warte mal kurz auf ihn. Komm ran, Junge. Vor allem, deren Karre sieht wesentlich badass-mäßiger aus, mäßiger aus als unsere. Oh, der bringt noch einen Freund mit. Mit. Na, kann ich da hinten? Na, ich muss dann mit der Schrotflinte dran, ne? Aber eigentlich möchte ich die gar nicht verbinden. Obwohl, ich hab drei Schuss, das sollte eigentlich gehen. Warte. Kann ich? Hehe, nice. Sehr geil. Und dann aber hier drauf. Dann... Dann... Na? Bei ihm versuch ich mal mit der Hake... Das sieht man jetzt oben, die fünf. Ähm... Das bedeutet, dass... Scheiße, da können wir nichts machen. Das bedeutet, dass da jetzt... Wääh? Äh... Das... Dieser Wert gesunken ist. Okay, warte, die müssen wir jetzt im 1-zu-1-Battle irgendwie rausfordern. Wääh! Alter! Blödes Arschloch. Boah, der nur seinen Führerschein her. Los, steig aus, Junge! Eins gegen eins, komm, ran! Also, mehr... Mehr raus als ran, aber... Ran, da weiß ich schon, was ich meine. Ähm... Das war's schon? Der war ja Lobo-mäßig. Oh, der hat jetzt Blüter, ne? Oh! Oh, scheiße! Komm, steigt aus. Obwohl, warte, unser Auto ist hier wieder ganz. Leih! Und tschüss! Warte, ich mag... Leih, ist halt hab und nicht M. Ich mach hier schon mal den nächsten Punkt. Was haben wir hier? Ölpumplager. Äh... Ne, oder? Erstmal das... Knochenbruch. Zerstöre die Ölpumpe. Ein Ristorikstrelikt. Vier Insignien und sechs Schrott. Schwierigkeit ist gering. Ähm... Ich hol erst mal die Vogelsscheiche hier. Warte, die können wir doch hier nicht schon direkt. Hehe. Scheiße gelaufen, wenn man keine Tür hat. Oh. Oh, pff. Die überfahren wir nicht. Die sind nämlich gut. Das sind nämlich Wanderer, denen man... Oder dem hätte ich ja zum Beispiel, äh... Trinken gehen können. Piss dich, Alter. Moment. Äh... Hapune? Hop, hop, hop... Hapune? Da oben. Ja. Okay. Damit wäre das so ein Aufregelbild. Und ein Tab war das. Äh... Hier ist glaube ich auch noch eine. Ja, Vogelscheiche. Da ich das ganze Spiel nämlich auf... 100% hoch... äh... kriegen möchte, meint der hat wieder... Aus irgendwelchen idiotischen Gründen. Keine Fahrradtür. Oh, da hinten ist doch noch einer. Huhuhu. Äh. Wo ist das? Oh. Nice. So, der ist da unten. Oh. Au. Komm ran, mein Junge. Alter. One Punch Man regelt... Ah, nein, der ist Sonne nicht down. Müssen wir nochmal nachtreten. Somit er auch gar nicht aufsteht. So, hier ist ja jetzt locker irgendwo Schrott entstanden, oder? Ja, da hinten. Dachte ich mir doch. Nehmen wir mit. So. Dann, ich meine, die Dingsies, die Vogelscheuchen, oder so hießen die, glaube ich. Ich hab's wieder vergessen. So ne Scheiße. Kurzzeitgedächtnis der Hurensohn. So, hier. Was ist das? Ein Benzintank? Keine Ahnung. Hier ist noch ein Häufchen Leichen. Gucken wir uns auch mal an. Hui. Was ist das da? Alter, was ist das für Riesenkakerlaken? Ach du Scheiße. Das sind ja Riesen-Oschis. Das ist ja der Wahnsinn. Gut, dann... Warte, wie war das nochmal? Irgendwie zwei? Ja, so können wir ein Chumbucket holen. Komm ran mit ein Guter. Ja. Dann fahren wir mal gleich zur nächsten... ...Vogelscheu hier. Boah, wie hießen die Dinger? Hat er grad auf die Karosse geklopft? Klingt voll komisch. Allein ist ein Sniper, den hol ich jetzt mal nicht. Schießt er auf uns? Noch nicht. Ah, jetzt sind wir außer Reichweite. Das ist schon mal gut. Ähm. ...Punkte, wo wir was holen könnten. Nein! Was? Scheiße. Ey, da geht ein Doppeltrend vorbei. Was war das denn für die Minusaktion? Scheiße. Einfach mal und... Pow! So läuft das. Geil. Lieb hier. Ja, genau. Versuch nicht aufzufallen. Ähm. War das alles? Oh. Das hängt mich irgendwie ein bisschen an... ...die... ...irgendwie so eine Essensschüssel, wie sie von Asterix und Obelix verwendet werden würde. Ähm. Dann können wir noch was aufheben. Da lag gerade wieder eine Leiche. Ist ja auch schön. Will er sich mit uns anlegen? Oh, Alter. Oh, wieder ein Depp ohne Tür. Das sollte kein Problem sein. Huch. Na, scheiße. Moment. Nein. Spiel. Ähm. So. Und... ...hab wir da über den Beifahrersitz rausgezogen. Hup. Huch. Der hängt noch hinten dran. Huch. 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 Das ist ja lustig. Huch. 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 Faktor physics for the win! Na komm, noch ein bisschen. Ja, ja, der geht da ab wie sonst was. Das macht viel mehr Spaß, als es eigentlich sollte. Ah, schön. Was haben wir hier? Okay, hier ist... Hier ist ne ganze... oder? Ist doch ein Stück Autokarosserie, ne? Komplett eingesunken. Hier auch noch mit Müll und allem. Ich meine, da vorne im Panthena müsste, ähm... Zeugs dran sein. Wieder komische Flaschenphysik. Okay. Ich würde mal sagen, das ist irgendein verschmutztes Wasser hier. Okay. Hier wäre ein historisches Relikt. Sind das? Ach, Waffen sind das? Aha, drehen. Dude, äh... Okay, warte. Text, Text. Äh, Kumpel, ich hab dir doch verdammt nochmal schon vor einer Woche gesagt, du sollst dir ne Knarre holen. Das ist jetzt alles, was übrig ist. Aus so ner russischen Todesfalle würde ich nicht mal nen Furz feuern, Idiot. Aha. Die sind doch eigentlich sehr zuverlässig gewesen. Hier die... Zwei Mittleren mit dem, ähm, Trommelmagazin. Das sind ja so diese... äh, ultimativen Mafia-Knarren. Warte mal. Warte mal. Mafia war doch eigentlich immer italienisch. Ich kenn mich mit Waffen nicht gut genug aus, äh, aus, um sagen zu können, von welcher Nation die gebaut wurden. Also jetzt zum Beispiel bei der Kida, die auch grad gezeigt wurden. Bei ein paar Waffen kann ich das sagen, aber nicht bei allen.